Ich begrüße Sie recht hart zum Programm des Oder-Spree-Fernsehens, liebe Zuschauer. Bevor es die aktuellen Meldungen gibt, haben wir noch den Hinweis zum Programm. Heute besuchen wir nochmal, besser gesagt, wir senden es nochmal, und zwar die Macher von Rockhütte. Da soll es ja demnächst ein sehr interessantes Event geben mit Hardrock Metal. Und da gibt es ja durchaus eine ganze Menge Fans, auch in unserer Region. Und das möchten wir Ihnen dann heute nochmal zeigen. Aber jetzt gibt es die Meldungen des Tages.